Das ist Jan Peters. Als er letzten Sommer keinen Cent mehr in der Tasche hatte und auch noch seine Freundin weg war, war ihm endgültig alles egal und er beschloss Unternehmer zu werden. Sein Startkapital, eine Gruppenkarte der Frankfurter Verkehrsbetriebe. Ich könnte sie mitnehmen, ich habe eine Gruppenkarte. Vielleicht könntest du gleich sagen, darf ich Ihnen helfen, zwei Euro zu sparen. Darf ich Ihnen helfen, zwei Euro zu sparen? Ich komme so auf 200 Euro im Monat. Auf 200 Euro im Monat? Das ist ja nicht gerade viel. Dann doch. Ich habe meine sämtlichen Gewinne investiert und habe jetzt zum Beispiel hier dieses Logo machen lassen von meiner Unternehmung. Main Tours. Main Tours klingt gut. Ja, Main Tours. Dann habe ich noch die Visitenkarten hier drucken lassen. Sei fit, fahr mit. Mindestlohn, eben mehr Gerechtigkeit. Part 4. Das wäre ja alles mit dem Grundeinkommen gelöst. Finde ich eine sehr elegante Sache. Also einen Wurf zu machen. Ja, einen großen Wurf. La, 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 la. Es ist besonders, heute ist ein Tag für mich. Wie jede andere einzigartig. Und genau, die hunderttausende einer in der Reihe. Ich fahre fort jetzt